Hallo, wir erzählen euch heute ein bisschen was über die Faraday-Gesetze. Bevor es richtig losgeht, erst einmal zu der Frage, was man damit machen kann bzw. für was man sie benutzt. Die beiden Faraday-Gesetze sind Formeln, die das Berechnen von Stoffumsätzen in galvanischen Zellen ermöglichen. Sie beschreiben den näheren Zusammenhang zwischen elektrischer Ladung und den Stoffumsatz bei einer elektrochemischen Reaktion. Man kann sie zum Beispiel bei Batterien oder Akkus benutzen. Die Gesetze wurden nach ihrem Entdecker Michael Faraday benannt. Zur dabeiligen Zeit gab es kleine Uneinstimmigkeiten mit einem Herr Carlo Matteucci. Dieser behauptete 1839, dass er die Erkenntnisse erlangt hat, doch er konnte nicht beweisen, dass er die Ergebnisse, die Faraday 1834 veröffentlicht hat, nicht kannte und so wurde Faraday zum Erdecker ernannt. Nun aber zur Chemie. Die Gesetze bilden die Grundlage für die heutige Elektrochemie und der Elektrolyse. Eine Elektrolyse stellt hierbei einen Prozess dar, bei dem ein elektrischer Strom eine Redoxreaktion erzwingt. Die Hauptbestandteile sind das Elektrolyt und die Elektroden. Faraday bezeichnet eine Flüssigkeit oder eine Lösung, die eine elektrische Leitfähigkeit besitzt als Elektrolyt. Die Elektroden sind Metallstäbe, die in dieser Lösung oder Flüssigkeit elektrischen Strom anbieten oder aufnehmen. Elektronen, in die der Strom fließt, nannte er Anoden. Elektronen, aus denen der Strom kommt, nannte er Kathoden. Nun nähern wir uns schon langsam dem Experiment, aber jetzt kommen erstmal die Gesetze an sich. Das erste Faraday-Gesetz beschäftigt sich mit der Stoffmenge und der Ladung. Die Stoffmenge, die an einer Elektrode während einer Elektrolyse abgeschieden wird, ist proportional zur elektrischen Ladung, die durch den Elektrolyt geschickt wird. Umgangssprachlich formuliert, je mehr Strom man dazu gibt, desto größer wird der Stoffumsatz. Das zweite beschäftigt sich mit der Atommasse und der Wertigkeit. Die durch eine bestimmte Ladungsmenge abgeschiedene Masse eines Elements ist proportional zur Atommasse des abgeschiedenen Elements und umgekehrt proportional zu seiner Wertigkeit. Das heißt, je größer die Atommasse, desto mehr Masse wird abgeschieden und je niedriger die Wertigkeit, desto größer ist der Stoffumsatz. Nun zum Experiment. In unserem Experiment zersetzen wir Schwefelsäure in Wasserstoff und den Schweferest. Hierbei haben wir eine konstante Spannung und eine konstante Stromstärke gegeben. Die Platinelektroden werden in die hoch ätzende Schwefelsäure gegeben, in unserem Beispiel von unten, und es wird eine Spannung angelegt, sodass immer genug Ladungsträger für die Reaktionen da sind. An den Elektroden entstehen während des Experiments Bläschen. Das sind die Gase, die entstehen. Bei genaueren Hinsehen erkennt man, die im Rohr aufsteigen. Der Wasserstoff entsteht bei uns im rechten Rohr, da die rechte Elektrode der Minuspol ist. Bei einem Erhöhen oder Vertiefen der Stromstärke erkennt man, dass die Bläschenanzahl proportional zu- oder abnimmt. Und dass ihr wirklich glaubt, dass da Wasserstoff entsteht, ist hier die Knallgasprobe zur Kontrolle. Zum Schluss zeigen wir euch noch die neuen Formeln, wie man sich mit den Gesetzen schließen kann. Also, die Masse eines Stoffes ist die molare Masse des Stoffes mal die Stromstärke mal die Zeit geteilt durch die Ladungszahl und die Faraday-Konstante. In dieser Gleichung sind f und m konstant, nämlich einmal die molare Masse und die andere die Faraday-Konstante. Diese ist die elektrische Ladung eines Moles geladener Ionen und beträgt 96.485,33289 Coulomb pro Mol und wurde aus der Avogato-Konstante und der Elementarladung errechnet. Auf der rechten Seite habt ihr eine Beispielrechnung gegeben. Pausiert nun das Video und versucht euer Glück, um die Masse des entstandenen Wasserstoffs herauszufinden. Die Lösung gibt es, wenn ihr weiter schaut. Hier könnt ihr eure Ergebnisse vergleichen. Am Ende sollten 1,87 Milligramm herauskommen. Hattet ihr Probleme, solltet ihr am besten noch mal euren Lehrern um Hilfe bitten. Das war unser Video zu den Faraday-Gesetzen. Wir hoffen euch hat es gefallen und ihr habt es wenigstens ein bisschen verstanden. um Euer Christian. Euer Christian. Vielen Dank.